hallo und herzlich willkommen bei einem video hier auf meinem kanal freut mich dass ihr wieder alle eingeschaltet habt was liegt heute an frontkniebeuge denn heute ist donnerstag und es wird heute moderat werden also etwas weniger als beim letzten mal aber dafür kommt heute auch das kreuzheben mit ins spiel leute jetzt kommt das intro dann gehe ich rein und in der zwischenzeit könnt ihr euch den trainingsplan von mir heute anschauen heute kommt die frontkniebeuge wieder ins spiel und auch das kreuzheben jetzt mein arbeitsgewicht 97 1 halb kilo wird mit fünf mal drei ausgeführt und die drei wiederholungen die sind einzeln und haben zusätzlich noch hockpause und Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020